Doch keine so großen Feiglinge wie befürchtet. Oh ja. So, den hätten wir... Ich glaube, man kann die Leute nicht erschießen hinter der Windschutzscheibe, oder? So, ein bisschen Platz zumindest jetzt. Oh, hi! Das links, wo die Leute fahren eben. Bis bald. So, wir lassen alles in Flammen aufgehen. Oh, da ist noch einer. Sieh mal an. Aber auch für den hat es jetzt erledigt. Cool. Und tschüss. Was war das denn? Großartig. Großartig. Hey, CJ, watch to the left. Hey, ain't we been here before? Hey, I'm taking what options I have, alright? Maybe if you have a nice word with just officers, they'll let us on our way. Head up, brother. Hey, man, some idiot hanging on the back of the floor. Somebody shoot him. Oh, shit. All I got in my rear view is bad guy. CJ, cover the rear. So, damit sollte Platz sein. Okay. Okay. Endlich Pause. Oh, shit. Roadblock up ahead. Decay, jam. Fuck it, I'm going through. CJ, we got the ghetto burn up ahead. This is LSBD. Do not. Hey, what the fuck? Do low. You'll kill us all. Back up, smoke back up. Hell no, I'm going through. Oh, man, we gonna die. Oh, shit. Move out, folks. Move out. Oh, shit. The brakes are out. Shit, that's going to be a hell of a story to tell when we pass in the blunt. Damn, that was some serious shit. Woo. Fuck this. We got to get out of here. Ryder's right. Everybody split up. We'll meet up later. Hu. Respekt. Das war... ...ne saubere Story, würde ich sagen. So, ich schau mal ganz kurz auf die Karte. Wo ist denn das nächste Ziel? Das ist nämlich... ...doch ein Stück. Na klar, ist die Grove Street bei Sweet eben. Ähm, ich bin am überlegen, ob ich noch eine Mission mache oder ob ich das jetzt lasse. Aber ich glaube, ich mach das noch. Oder? Hey, I'm sorry. Ja, ja, wir machen das noch. Klar, komm. Das wird schon passen. Also, die Wiedervereinigung der Familien hat leider nicht so ganz geklappt, wie sie funktionieren sollte. Aber hey, was willst du machen? Da hat jemand ein bisschen mit seinen Fingern im Spiel gehabt. Und ich vermute bald, es wird ein Herr mit T gewesen sein. Und noch ein anderer mit P. So zwei Typen, die ständig in dunkelblauer Uniform rumrennen. Weiß nicht, wie ich darauf komme. Aber die haben ja gemeint, sie mögen den Status Quo. Und der scheint gerade ein bisschen ins Wanken gekommen zu sein. Dank CJ. Müssen wir uns mal über die Herren hinwegsetzen, nicht wahr? So, auf geht's. Hey, you pushin' me? The Green Saber. This is when we show the ballers what bangin' is all about. Yeah, yeah. Grove Street is king. Say it with me, niggas. Grove Street is king. Grove Street is king. What's up, CJ? Where you been? Hey, sorry, bro. I got caught up. Yeah, you probably was hittin' one of them baller rats. Yeah, I know what you was up to, nigga. Yeah, yeah. You know it? Listen up. Y'all down with CJ, right? Yeah, sure. He's been through a lot. I mean, we all been through a lot. But CJ's helpin' us clear up the hood. He's takin' the fight to the enemy. Yeah. Showin' all of us how he used to bang. Yeah. What he used to mean to be a Grove Street family. Yeah. CJ, you my brother. My running dog. I shoulda never doubted you. It's nothin'. But you're home now, partner. Yeah, that was right. Home. For sure. Listen up. I want all y'all to go get heated. And meet me downtown under the Mulholland intersection. We gonna roll on these baller motherfuckers. Yeah. All right. I'll see y'all on traffic. Yeah, let's roll. Yeah, for sure. You in? Hell yeah, I mean. I'm your running dog, sweet. Yeah, my nigga. All right, you go get heated up. And I'll meet you at the crossroads. All down one side. Hey. Hey, CJ, it's Cesar, man. I'm kind of busy now. Something big going down. Essie, I gotta see you, Holmes. Tell you something. Look, if it's about Kendall, don't worry. We cool, all right? No, CJ, you gotta come and see something. Something important, eh? Well, it's gonna have to wait. This can't wait, Holmes. If I tell you, you won't believe it, Essie, I swear. Ah, okay. I got about five, so it better be good. Will you wait? I'm under the freeway. North side of Vernon Plus. Schwing nicht rüber zu Cesar. Er wartet unter dem freeway. Und wenn Cesar meint, dass es wichtig ist und dringend, dann können wir das auch glauben. Also dann. Auf zu Cesar. Da muss Sweet leider noch ein kleines bisschen warten, bis wir bei ihm vorbeischauen. Aber so lange wird er wohl noch warten können. Denn wenn der Titel der Mission schon Green Saber ist, dann können wir uns denken, worauf das hinausläuft. Falls ihr euch noch daran erinnern könnt. Aus einem Green Saber, aus einem Greenen, ja. Aus einem grünen Saber wurde geschossen, als CJs Mutter getötet wurde. Und das sollte man vielleicht raushinten, wer da dahinter steckt. So Cesar. Steig in den Wagen, der in dem Durchgang zu finden ist. So you dragged me way across town, to see what? Just in time, Essie. Take a good hard look over there. So, some ballers hangin' around a dope spot. So what? Just watch, homie. What the fuck? Oh, no. Shit, Smoke, what you into? Shh, that's it. Look at that ride. That's the motherfuckin' Green Saber. Shit, Smoke, crash makin' you sell us out? Moms! Sorry, Essie. I heard a rumor poked around. I didn't believe in myself, but... Nah, nah, you did the right thing. I owe you, C's. I gotta go tell Sweetabout. Oh, fuck. Sweet. Look, go get Kendall and take her to a safe place. What you think is sweet? I think him and the homies are walking into a track. Just go. Go! Verdammte Scheiße. Begib dich zum Ort des Hinterhalts, bevor dein Bruder getötet wird. Das ist eine tolle Mission. Ähm, ja, die Dinge sind etwas unschön gelaufen. Aber ganz ehrlich, man hat die Anzeichen irgendwie gesehen. Also, Ryder ist sowieso schon immer komisch. Und... Smoke, naja, wir haben gemerkt, der ist auch irgendwie etwas seltsam mit dem Bullen verstrickt immer. Drum müssen wir jetzt ordentlich auf die Tube drücken, um da noch anzukommen. Ich hoffe, ich komme hier durch. Ah ja, ist jetzt nicht die beste Methode, da hinzukommen, aber... Hey, was soll's? Okay, da sind wir. So, und kümmern wir uns mal gleich um ein paar Ballas, solange wir noch hier im Auto sitzen. Guten Tag, die Herren. Ihr kennt das Spielchen, ja. Alles über den Haufen fahren, was geht, solange wir noch in der Karre drin sitzen. So, stellen wir uns mal auf den drauf und dann mal ganz schnell rüber. Und ein bisschen Muni noch eingesammelt von denen. Hey, Sweet, was geht? Oh, shit. Hey, Sweet, man, you all right? You've been hit. CJ, where you been? Caesar called and showed me some shit. It's smoke, and he in deep with 10 penny and some Ballas. He sold us out. It doesn't matter, man. You gotta get out of here. The cops gonna arrive in a second. Nah, man, I ain't running out on my brother. Yo, boys, I'm taking you, motherfucker. You hear me? I'm taking you all down, bitches. Okay, halte die Bärles auf Distanz. Das ist die einzige Möglichkeit, Sweet am Leben zu halten. Wir müssen drauf warten, dass die Polizei kommt und ihn verhaftet. So traurig das klingt. Oh, sieh mal an, was machen die denn? Sieh an, wie sie laufen. Wie die Hasen. Okay, SMG-Skills wieder erhöht. Muni für mich. Und da drüben sind noch mehr, siehst du mal. Ein ganzer Wagen voller Bärles. Direkt hinter mir? Oh ja, tatsächlich. Na dann. Sollten wir die mal erledigen. Okay, geschafft. Sorry, Sweet. Mehr können wir nicht tun für dich. Ich will nicht. Ich bin. Oh, all right, but only because you said please. You fucking sick motherfucker! Intimidate those who intimidate others, Carl. It's my job. Right Ed? Yeah, ey man, where we at? The middle of fucking nowhere. Nice clean head. Fucking smoke. Oh, Sweet! Sweet is alive. Alive and inside. He's in a prison hospital, being treated for gunshot wounds. Awaiting trial. Yeah, somehow nobody's caught you yet. Oh yeah, you should be glad, Carl. Your moron brother's alive, your street trash soon-to-be-turned-out sister's alive, and she's only sucking one greaseball's dick. Things are going pretty well for you, Carl. So behave, nigga. We want you to do a little favor for us, Carl. I can't believe that nigga Smoke turned on me. Smoke? Smoke does exactly what he's told. He learned that lesson a long time ago. Man, man, take it easy. Yeah, homies for life? Street loyalty? That's all bullshit, Carl. Didn't you learn that when they ran you out of town just cause you let Brian die? Huh? Eddie, I can't deal with this guy. He's an idiot. Let me air this fuck around, eh? No, 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 officer. For once, let's let the kid do something good with his useless life. He's gonna help us with the fight against crime. Right, Carl? Yeah, by any means necessary. Now you stay the fuck away from Smoke and stay the fuck away from us. Otherwise, Sweet's gonna find himself on a baller's block getting in touch with his feminine side. Hey, Hernandez, you gonna piss all day? Come here. Get your hands off me, man. For some reason, we've got a little problem with a former friend of ours. He seems to disagree with some of our methods. No, who could do that? Yeah, you'll never find anybody as fork-tongued as this snake-ass bastard. Soon as he gets caught with his hand in the cookie jar, you'll whistle any tune Internal Affairs wants him to. See, they got him hiding up Mount Chili in some place, so they can manipulate his testimony any way they want to. I want you to pay him a little visit, Carl, and destroy all his evidence before he testifys. Sort this out, Carl, so Officer Tenpenny can sleep easy at night. Man, we want evidence he ain't gonna talk. Und sind, wir können's uns auf der Karte kurz anschauen. Wir sind halt wirklich mitten im Nirgendwo. Also da drüben ist Los Santos. Und wir sind hier, ich wusste gar nicht, dass das Ding tatsächlich Mount Chiliad heißt. Äh, ist lustig, weil bei GTA 5 der höchste Berg in der Umgebung auch Mount Chiliad heißt. Nur, dass er da ein ganzes Stück nördlich von Los Santos ist. Also, es ist ein bisschen anders geformt alles, als das hier in San Andreas ist. Tja, und damit alles kurzzeitig gehabt. Respekt und, äh, ja, Waffen und Einfluss. Und jetzt alles wieder verloren. Mit diesem etwas unschönen Ergebnis unserer Bemühungen und diesem Neuanfang. Es wird ein kompletter Neuanfang, denn wir werden so schnell nicht nach Los Santos zurückkehren. Ähm, zumindest nicht dauerhaft. Ich glaube, wir kommen mal kurzzeitig dorthin, an die Grenze zumindest zurück. Aber ich glaube, wir kommen nicht mehr richtig in die Stadt rein für eine Weile jetzt. Äh, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns von dieser Aufnahme. Und wir sehen uns dann in der nächsten Lieder, wenn es dann heißt, äh, erledige wieder irgendeine Scheiße für Ternpani und Puleski. Und versuche, irgendwie zu erreichen, dass Sweet aus dem Knast rauskommt. Und es nach Möglichkeit überlebt, ohne dass seine Rosette um drei Zentimeter geweitet wird. Ja, also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Scheiße auswarten müssen, die uns da eingebrockt wurde. Bis dahin macht's gut und haut rein!